Hallo und herzlich willkommen im Weg zu Monster Hunter World. In der letzten Part haben wir das Korallenhochland etwas erforscht und in diesem Part geht es dort weiter, indem wir gegen einen Kalumu kämpfen. Ich bin immer vorsichtig. Ich vergesse immer wieder. So, ich weiß, was ich immer in die Richtung muss. So viel weiß ich. Ich glaube, das ist immer dort. Durch. So. Fiii. Folge der Spur. Ähm. End of Blahn. Gute Masse wieder. Aha. Luftballmonster. Talumu. Das Luftballmonster. Au. So. Schuss. 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 Nein, keine Windows-Things setzt. So. Ich glaube, das passt auf den Audio. Weil. Bei Ihnen ist das komplett komisch. Kadaum. Moment. Ich muss das kurz reinstehren. Ich glaube, das ist besser. Ehh, ich sehe doch nicht mehr. Oh man. Ich glaube, das ist doch perfekt, das hat mich dafür. Ehh. Man. Gut, jetzt besser. So. Ich hoffe, man hört, dass ich dort bin. Einmal das aus, und dann schauen wir. Das ist das erste Video, was ich so mache. Ja. 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 Sieh das auch, oder? Nein. Er ist ein Wildfell. Jaaast. Lass mich doch aus der Ecke daraus. Das geht doch wieder auch noch. Das ist überhaupt nicht dunkel. Jaaast. Er ist auf jeden Fall wilden. Danke. Das ist eine Hilfe weißt du das? Glücklich. Hier ist aber Hammer Schläger. Hauptsache! Piss mein Hammer. Au! Ich brauch ähhhhh Das war falsch, er hat ihn schon genommen. Wo ist der Megatrank da? Muss man unbedingt Tränke machen. Ja, jetzt kommt er mit seiner Hohensheißwespe. Erst wenn es nichts braucht, kommt er. Wenn es braucht, kommt er nicht. Oder selten. Ich hoffe, dass man das Spiel versteht, weil es nicht mehr recht. Oh man. Okay. Oh. Wow. Ja, jetzt kann ich tot sein. Wie, er kommt jetzt gleich nach meinem Megatank mit seiner Hohensheißwespe. Oh man. Da ist sie auch. Da. Kannst du da runter, oder? Fühlst du Flugzeug? Oh man. 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 Danke, das war mir als notwendig. So. Friesen mir den Hammer, oder? So. Friesen mir den Hammer, oder? Warte, ich kann nicht machen wir schon. Äh... Nein, das ist doppelt, das ist scheiße. Ich werde es ja da im Video sehen. Ich weiß, ich habe mir jetzt so viel Zeit gelassen, dass er schlauft. Aber das macht auch nichts. Ich habe es ja da. Benschen, Benschen 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 Oh, wo kommt dat denn? Ah, er soll da runterkommen Au Au Ok, ich bin tot Vielleicht Kann grad nicht Weiter Lass mich doch einmal hören Oh Oh Und das ist auch ein Kaffee. Das war alles gar nicht. Oder stelle ich so ein Leben, ne? Weil immer bis so ein Stück. Das ist scheiße, da hätten wir alles doppelt. Vielleicht ist das gescheu, oder? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Solltest du dich nicht etwas vorbereiten, bevor du uns Teil der Verwesung aufbricht? Ich bin immer vorbereiter zum sterben. Teil der Verwesung schon? Das ist scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, was du da genau machst. Da, schau mal! Das wird es eigentlich um ein Lager aufzuschlagen. Ich weiß was. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße, das ist scheiße. Ich habe keine Zauber. Äh... Untersuche der Teile der Verwesung... Das war. Da. Tagefelizung. Ich suche das Teil der Verwesung. Das sind Kirche-Spuren. Auch noch mal welche. Du kannst die Streunuss als Schleudermunition verwenden und damit Monster überraschen. Ist das das Miasma? Vorsicht, nicht anfassen. Dieser Ort ist voll von diesem Schwaben. Atme ihn nicht ein, sonst sinkt deine Gesundheit. Hm, bester Tipp. EU-West. Solange ich ihn nicht beziehen muss. Nichts kann uns aufhalten. Hm. Hm. Wir sind tot. Ich bin ja schon tot, weil ich hier muss. Ich bin ja schon tot, weil ich hier muss. Ich bin ja schon tot, weil ich hier muss. Ja, geh weg. Ich bin ja schon tot, weil ich hier muss. Oder? Ja, da. Ich bin ja schon. Ja, da. Ich bin ja schon mal. Ich bin ja schon mal. Ich bin ja schon überlassen. Ich bin ja schon mal überlassen. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wo ich hin muss, wenn ich da drüber gehe und rechts ist glaube ich auch ein Lover gewesen. Ach so, ich bin full. Wo ist da reingegangen? Alter, das ist noch zu... eh schon. Ich probiere was, dass es noch gar nicht geht. Weiß ich, wo ich hin muss eigentlich? Äh... Wie komme ich da schnell auf wieder? Aber wenn ich unten nicht lang muss, muss ich rauch. Normalerweise. Oder nicht. Wir schauen mal alles kurz an. Da ist das Lager. Das sind keine Ghost Ghost Spuren, das sind zentrale Band Spuren. Ah, da muss ich hin. Red Bomb. Was soll mit dem Gericht da? Das ist dascm zu. Was soll ich hin? Oh, ich will. Das ist dasnachsehen. Oh, ja. Was soll ich zum ersten Mal? Das sind, dasjerst du auch. Das ist das Nassauberflöden, das ist das Nassauberflöden. Oh, da ist das Nassauberflöden was. Was soll denn das ZD-Dreamflöden? Das ist das Nassauberflöden? so ich muss ihn beziehen ja ich weiß was da kam oh also du tot au genau da kam das und da war was au keine sorge der ist nicht so leicht zu besiegen auch wenn da viel gebrochen steht und da ist sie nicht so auf der scherz auch Kann ich auf Barsel drücken? Ich weiß es mir schon wieder passiert, ich bin gar nicht auf Barsel drücken, immer Wow! Was hat er denn gemacht, Schatze? Was ist denn passiert schon wieder? Hm, aufpassen wird es ja. Oh, jetzt bin ich tot. Oh, leck dieses Spiel, das kostet es ja. Ach, der kleine Mann. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, ist das? Ich haze Marshmallow alles darin. Oh, leck dieses Spiel so sehr gerade, wirklich. Das ist so dumm, dass er so weit springen kann. Das ist so dumm. Oh, wie so neil ist das schon, ne? Ja, das ist... Au. Das brauchen wir nicht rein, danke. Gut, das war nicht so gut. Ja, das ist so gut. Ja, das ist so gut. Ich vergesse immer, dass er... Ich bin gleich wieder tot. Ja, alle Bannes ist schwach. Ja. Die Höhe werden vielleicht mal auf jeden Fall ausgericken dann machen, bevor er das Vordergebetten aufnimmt. Ja, einmal Schleife. Geist, 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 geist. So... Das ist verbrochen auf jeden Fall. Das ist wirklich verbrochen. Das andere sind nur die Knochen. Also nein, das ist auch nur der Knochen, okay. Das, was ich gesagt habe, das ist nichts verbrochen. Au. So... Bom. Bom. Bom, 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 bom. Ich mag aber auch da bauen, das ist so ein cooles Fisch. Au. Also, ahhh, so mach ich das immer wieder. Schon wieder die Mauer rein. Und tot. Schmeiß mich wenigstens. So ein Arschloch. Wirklich. So eine Katze. Ich hätte mich wenigstens schmeißen können. Nein. Lass mich einfach sterben. Geh mal falsch. Naja. Glaub ich, lass ich nichts. Glaub ich, lass ich nichts. So, dann kurz schleifen, bevor ich wieder hingehe. So, jetzt die Frage, schaffe ich das noch in dem Video oder nicht? Ich werde das gleich sehen. Weil er kann sich wieder in seine Knochen einhöhnen. Er schlaft? Was? Was? Ich glaube nicht, das heißt, dass er fast ein Ski ist. So, das kann ich auch erst wieder, dass er auch erst. Was? Was? Danke, dass du mich wieder mit deinen Prüllen munter machst. Das ist sehr, sehr nett. Aber... Äh, ich brauch... ...Pration. Ich glaube nicht, dass er noch kämpfen kann. Dass ich wenigstens noch kämpfen kann. Ja, Monster. Nein, das sehe ich nicht so. So. Das ist vorbei mit so wenigen Energiekämpfen. Jetzt kam nix. Vorsicht. Mal pass auf die Verteilung. So, jetzt kann ich gleich noch ein. Okay. Vorsicht. Nein. Okay. Er tut weg. Wie kann man sagen, dass er wegrollt und rumpelt gleichzeitig? Wie kann man sagen, dass er wegrollt und rumpelt gleichzeitig? Was? Kann man das schon weg-rumpeln nennen? Oh. 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 Was ist denn los? Wie ist denn los? Wie ist denn los? Ich muss mich heilen, wirst du nicht. Eieieiei Danke Weg Weg Alter, wie so ein Lack das hat, das ist so arg. So unspielbar gerade. Warum legst du soo... Dort? Eieieieiei Ja, das ist ja gut, weil es gerade so viel leckt auch das Spiel, wie so auch immer. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.